Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und heute geht die wilde Tour ja weiter, die Verfolgungsjagd hier mit dem... Genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, auch du, dass du eingeschaltet hast. Lieben Dank nochmal fürs Daumen drücken und für eure Comments. Euer Transec, begrüßt euch am Mic. Etwas verschnuppt, aber sonst topfit. So. Wir sehen, dass wir hier schnell rauskommen. Ja, ja, mach ich ja schon. Wow, 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 wow. Da kommen wir noch rum, da kommen wir noch rum. Schnell, schnell, schnell. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Zum Glück muss ich nicht auch noch schießen, ja? Die Sprinke sind cool. So, gib Gumi, gib Gumi. Bist du weise nicht geworden? Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, da rauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Ja, ja. Verdammt, war das ein Spaß. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch passen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand zum, Sean. Hier, komm her, hab dich. Hab dich, gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und ruf uns den Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, hey, hey. Was soll das? Lass mich runter. Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße. Ah, jetzt auch noch mit Gepäck auf dem Rücken. Ei, 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 ei. Los geht's. Jesus ist unser Begleiter. Oh, hier ist... Oh, schau dir diese Möbser. Na, Kleiner, ist die Wes mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Alter, Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Brexau! So, hier lang. Oh, oh. Du hast kein Rempeln hier. Kannst du nicht schneller laufen? Nee, kann doch nicht. Hey, Mann, leg auf. Weg mit dem Telefon. Los. Hey, meine Zeit ist genauso kostbar wie deine. So, anrufen. Haltet die Augen auf. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du. Hier beide, du und Alice. Sind wir. So, zum Fluchtauto jetzt. Wir müssen... Ah, da kommt doch... Bestimmt gleich Polizei. Gott, schütze deinen Alten. Los, komm. Hier sind wir hier. Ne, wir müssen da rum. Na. Jei, 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 jei. Boah, hier, cooles Feuerwerk. Schön. So, jetzt sind wir auch gleich da. Hier lassen wir uns durch die Bar. Ich meine mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. So. Oh, oh. Wo müssen wir jetzt durch? Hier. Oh, oh. Von mehreren Millionen Dollar entkommen. Und das Polizei? Schwester, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Heizt mal, Georgie, wir müssen weiter. Da ist ne Polizei. Wie soll man denn da vorbeikommen? Oh, Mann. Hab ich doch schon gesagt. Ich hab der Schlaube nicht geschlafen. Das sagt sie aber was anderes. Die Kackstölze ist doch hässlich wie die Nacht. Frauen mit so ner Handkirche würden noch alles ein bisschen ausmerksam sein. Oh, shit. Ja, Mist, sie haben das Boot gefunden. Ja, ich kann nicht schneller laufen. Geht nicht. Wow, 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 wow. Wo steht denn das blöde Auto? Da ist schon wieder Polizei. Du hast Glück, dass ihr dich versoffene Asseln nicht im Dragen liegen lassen. Hört sich nicht, dass wir saufen sollen. Schluss mit dem Gezappel. Oh, oh. Das war knapp. Ah, Feuerwerk. Lenkt die Leute vielleicht ein bisschen ab. Da, wir sind da. Oh, Bollerei. Oh, shit. Ach, jetzt muss ich sehen, dass ich wegkomme. Ach, die kriegen... Ach, shit. Aktive Zone. Ach, ich bin schon angeschlagen. Weg, 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 weg. Kann ich hier rüber? Nee, da kann ich nicht rüber. Was ist das denn für ein Scheiß? Wow, wow, wow. Da ist keiner. Der geht andersrum. Ei, 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 ei. Shit, shit, shit. Der bleibt da stehen, die Ratte. Der eine kommt. Da kann ich nicht zurück. Das geht nicht. Ich muss mir den krallen gleich, wenn der kommt. Der kommt hier jetzt lang. Den krall ich mir den. An alle Einheiten. Officer, entweder Unterstützung. Der muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Wow, wow, wow. Jetzt kann ich, glaube ich... Der guckt weg. Jetzt kann ich hier... Nein, da kann ich auch nicht lang. Das ist doch zum... Nein, da kann ich auch nicht lang. Das ist doch zum... Scheiß. Da ist doch noch eine Gasse. Bin ich da nicht rein? Nee. Ich stehe ihn jetzt hier. Wo ist der denn? Das ist doch zum Mäuse melken. Keine Spur von ihm hier. Ich muss hier wieder zurück. Oh, das ist doch... Das gibt's doch gar nicht. Der muss hier irgendwo... Der kommt doch. Zack. Bäm. Der guckt grad weg. Da muss ich durch. Genau. Anders geht's nicht. Kann ich den herpfeifen? Genau. Ich pfeife den mal her. Jetzt kommt von hinten auch wieder einer. Wo ist Georgi? Wir wurden getrennt. Oh, endlich. Nur rein da mit dir. Rein mit dir. Steig ein. Über die Rampe. Und schön hier rüber. Nein, nicht. Oh. Das war knapp. Ah. Verweiter, verweiter, verweiter. Verweiter. Nein. Fahr weiter. Oh. Diese Drecks-Ami-Schüssel. Mega nervig. Fahr doch. Fahr, 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 fahr. Oh. Die kann man ja... So. Komm, 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 komm. Oh. Das sind die nervig. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Du, fahr doch, fahr doch. Mein Gott, ist das eine langsame Schüssel hier. Fahr. Fahr hier rein. Fahr raus, da aus dem Kreis. Fahr doch, fahr doch, fahr, 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 fahr. Wie kommt man denn aus diesem blöden Fahndungskreis raus hier? Das gibt's ja gar nicht. Fahr, 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 fahr. Oh. Scheiße, sieh dir die ganzen Streifenwagen an. Und hier rauf, hier rauf, fahr doch. Ja, fahr rauf hier. Der hat es doch extra angehalten, das gibt's doch gar nicht. Scheiße, egal, was es kostet. Wird sie weg? Oh, wir haben's geschafft. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. Wow, wow, wow. Ist das krass. Wow, 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 wow. Endlich haben wir's geschafft. Bloß nicht überschlagen, nicht, dass die Höhle gleich noch kaputt ist hier. Jawohl, endlich haben wir's geschafft. Tschaka, tschaka. Meine Güte, war das eine Aktion. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich, wie oft ich die Mission wiederholen musste, weil ich glaube, ich bin 20 Mal gestorben bei der Polizeiverfolgung. Unfassbar. Wie viel ist das? Bisschen mehr als zwei Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne und sag ihm, er soll uns drei Nutten rüberschicken. Nichts noch, in dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? Zwei von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pour voir. Vouloir, c'est pour voir. Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Da wirst du ja. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, zwei Meeren zu schenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge. Dieses Zeug haut vielleicht rein. Hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Lenn ich einen Krieg? Hier ist ein Korn-Whisky. Da kriegst du Haare an den Eiern vorn. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den Höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hat's nicht geklappt, Sammy. Jungs, hier war's spitze. Danke. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Das soll ich dir nicht zweimal sagen. Mach ich nicht voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich hab noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Na, wo sollst du denn hingehen? Dämliche, beschissene Neger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Als ich bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Linke! Linke! Tommy! Scheiße! Linke! 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 Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher, Sal Marcano. Und was ist mit diesem Mann? Dieser dreckige Mist-Sack ist Sal's Bruder Lou. Hören Sie, reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Das Marcano ist verdienter zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt den um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's hier auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hole meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. So, meine Lieben, und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Ganz lieben Dank, wenn euch das Ganze gefallen hat. War echt eine lange, heftige Folge. Dann lasst doch bitte ein bisschen Comments da und ein bisschen Likes. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und bleibt weiter am Ball hier bei Trend17TV. Und ciao!